Musik Nur die Verwaltungsgebäude der bolschewistischen Partei wurden von den Sowjets geschont. Das ist die seelenlose Fassade des Sowjetparadieses. Dahinter aber wohnt das soziale Elend des bedrückten Volkes. So sieht das Vaterland der Werktätigen in Wirklichkeit aus. Immer stärker wird der eiserne Ring, der um die eingeschlossenen Bolschewisten gelegt ist. Ein sowjetisches Dorf, dieses Bild, zeigt die in allen Städten und Dörfern immer wiederkehrende, unsagbare Verwahrlosung im bolschewistischen Paradies der Bauern und Arbeiter. Musik Einer der kümmerlichen Konsumläden, in denen die Bolschewiken zu meistens unerschwinglichen Preisen ihre Schund- und Einheitswaren verkaufen. Ein Plakat, das für die Rote Armee und für den Kampf gegen Deutschland werben sollte. Musik Unsere Wehrmacht ist die Antwort nicht schuldig geblieben. Musik Über Minsk hinaus vorgeschobene schwere Artillerie nimmt die ersten Stellungen der Stalin-Linie unter Feuer. Die vielgerühmte Stalin-Linie wurde bis zum 12. Juli an allen entscheidenden Stellen durchstoßen. Musik Ein Sowjetpanzer. Immer wieder versuchen die Bolschewisten, die Umklammerung zu durchbrechen und nach Osten zu entreichen. Vergeblich. Nirgends kommen sie mehr durch. Sie stoßen überall auf den eisernen, tief gegliederten Ring, den die deutsche Wehrmacht um sie gelegt hat. Musik Ein zusammengeschossener bolschewistischer Lastkraftwagen. Die Besatzung wird gefangen genommen. Musik Wieder versucht ein Panzer durchzubrechen. Auch sein Schicksal ist schnell besiegelt. Musik Musik Die Zahl der Gefangenen wächst ständig. Ein bolschewistisches Flintenweib in Uniform. In der Doppelschlacht von Bialystok und Minsk wurden fast 325.000 Gefangene gemacht. Darunter mehrere kommandierende Generäle und Divisionskommandeure. Die Gesamtzahl der Gefangenen bolschewisten überschritt damit bis zum 11. Juli bereits die Zahl von 400.000 Mann. 3.332 Panzer, 1.809 Geschütze und gewaltige Mengen sonstiger Waffen wurden allein in dieser Schlacht erbeutet oder vernichtet. Bis zu diesem Zeitpunkt stieg der Gesamtverlust der Sowjets an Panzern auf über 7.600. Ein bolschewistischer Kanonenpanzer. 2. 358. Und hier einer der schwersten bolschewistischen Panzerkampfwagen. Eine rollende Festung, die für unbesiegbar gehalten wurde. Auch sie blieb im wohlgezielten Feuer unserer Panzerjäger hilflos liegen. An Flugzeugen verloren die Bolschewisten bis zum 11. Juli 6233 Maschinen. Die Times behauptete, kein vernünftiger Mensch könne die Zahlen glauben, die amtliche deutsche Berichte über die Vernichtung sowjetischen Kriegsmaterials angeben. Diese Bilder beweisen die absolute Wahrhaftigkeit der deutschen Wehrmachtsberichte. An der baltischen Front. Einmarsch in Riga. Deutsche Kampfgeschwader im Angriff auf sowjetische Truppenansammlungen und Verkehrsknotenpunkte im Raume des Paipussees. Sowjetische Jagdflugzeuge. Ihr Angriff wird von den Borgschützen abgewiesen. Der Pilot unserer Maschine ist verwundet, trotzdem bleibt er am Steuer. Deutsche Jäger kommen heran, sie stürzen sich sofort auf die Sowjetflugzeuge. Die Moskauer Zeitung ist Westia. Es war, dass die deutschen Flugzeuge in diesem Kriege von sich aus noch nicht ein einziges Mal einen Luftkampf begonnen hätten, weil ihnen das verboten worden wäre. Der sowjetamtliche Heeresbericht versicherte am 14. Juli erneut, dass die deutsche Luftwaffe Luftkämpfe vermeide. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Feindmaschine auf Feindmaschine wird vernichtend getroffen. In kürzester Zeit ist der Bolschewistische Verband aufgeliehen. Unsere Flieger beherrschen den Luftraum. Und hier Angriff mit Bordwaffen auf bolschewistische Truppentransporte. So hatte unsere Luftwaffe durch Zerstörung des feindlichen Eisenbahnnetzes dem Gegner schon jetzt jede weitere Möglichkeit einer Gegenoperation größeren Stils genommen. Ehe das wichtige Kriegsmaterial, das von diesen Zügen transportiert wurde, die Front erreichte, war es schon vernichtet. Von Lettland aus stoßen unsere Truppen weiter nach Estland vor. Das nächste Ziel ist der Paipussee und damit die rechte Flanke der Stalinlinie. Sowjetische Stellungen werden mit Feuer belegt. Feuer! Das Artilleriefeuer hat den feindlichen Widerstand beseitigt. Panzer, Kratschützen und Sturmbatterien können den Vormarsch fortsetzen. Ein Sowjetpanzer wird erledigt. Bei ihrem Vormarsch stoßen unsere Truppen immer wieder auf die Spuren der geschlagenen Sowjetarmeen. Sie sollten sich in der Stalinlinie zu neuem Widerstand sammeln. In planmäßiger Zusammenarbeit kämpfen Panzerjäger und Sturmgeschütze feindliche Stellungen im Raume des Paipussees nieder und bereiten der Infanterie weiter den Weg. Auch leichte Feldhaubitzen werden eingesetzt. Stürmend werden die einzelnen Ortschaften genommen. Stürmendel 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 Immer wieder kommt es zu erbitterten Straßenkämpfen. Die Bolschewisten weichen auch hier nur Schritt um Schritt zurück. Dem Angriffsschwung unserer Soldaten aber ist kein Widerstand gewachsen. Ostwärts des Paipussees sind motorisierte Verbände bereits im Vorgehen auf Leningrad. Selbst englische und amerikanische Nachrichtenagenturen nennen den Durchbruch durch die Stalinlinie die verheerendste Durchbruchsaktion der modernen Kriegsgeschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018